ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Wisst ihr, was die Affen machen mit dem langen Schwanz? Sie steuern und sie balancieren ziemlich elegant. Wisst ihr, was die Affen machen mit den langen Zähnen? Sie kauen damit auf allem rum und zeigen, die beim Gähnen. M-N-O, manche haben nen roten O. P-Q-R, sie schaukeln hin und her. S-T-U, sie sind ne coole Crew. V-W-X, niemand langsam, immer fix. Oh, Affentempo, wer hält mit? Affenzahn, wer ist so fit? Affenhitze, wer hält das aus? Affentheater, Applaus, Applaus! Affentanz, wo ist der DJ? Affenzahn, Vorsicht, nee! Affengeil, die Kletterei. Affenspaß, wir sind dabei! Wisst ihr, wie die Affen heißen? Welche sind bekannt? Schimpansen und die Ohren-Utons sind mit uns verwandt. Wisst ihr, was die Affen machen? Alle miteinander. Sie kuscheln und sie klopfen sich im Affen durcheinander. A-B-C, die Affen rufen hey. D-E-F, der größte ist der Chef. G-H-I, langweilig, wird es nie. J-K-L, die Affen klettern schnell. Oh, Affentempo, wer hält mit? Affenzahn, wer ist so fit? Affenhitze, wer hält das aus? Affentheater, Applaus, Applaus! Affentanz, wo ist der DJ? Affenzahn, Vorsicht, nee! Affengeil, die Kletterei. Affenspaß, wir sind dabei! Wisst ihr, was die Affen haben? An jedem Fuß und jeder Hand. Zählen und fünf Wehner, ja, das ist allerhand. Wisst ihr, was die Affen treiben? Dort oben in der Höhe. Sie klettern, springen, lausen sich und pressen auf Molblöhe. M-M-O, manche haben einen roten Pro. P-Q-R, sie schaukeln hin und her. S-T-U, sie sind ne coole Crew. V-B-X, niemand langsam immer fix. P-Q-Y und Z, das war das Affenalphabet.